Sie sind Limo-Trinker, aber in Ihren Kreisen kommt das nicht so gut an? Unter den Augen deines Vaters? Äh, ich wollte lesen. Oder? Sie lesen nicht und trinken einfach nur Limo. Zu zweit oder zu vielen? Lade einmal ein Schnauze eben. Denn jetzt gibt es eine mega erwachsene Limo. Die Limo. Die Limo von Granini. Herbstsüß, erfrischend. Schmeckst du das die? Da hält Fatih die Augen auf. Die schwarze Limo. Mit natürlichem Koffein und Dark Berries. Jetzt probieren.